Und ja, so eine Ballista zu einem Panzer zu machen, ist auch nicht gerade einfach. Ha? Wenn sie dann aber mal ein Panzer ist, ist sie ziemlich mächtig. Aber natürlich! Was? So, euch brauche ich... Nun... Keine Diskussion erforderlich. Bereit? Es ist ein wenig schwierig. Das kann ich schon mal vorstellen. Für euch immer. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Ist noch etwas? Aber natürlich! Was? Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Nur kein Aufsehen mehr. Wir finden es heraus. Wir finden es heraus. Aus der Karawane. Alle Truppen sind abgegradet. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich fahre. Keine Sorge. Los geht's! Ja, leere Karawane. Es ist ein wenig schwierig. Es ist ein wenig schwierig. Selbe Taktik wie vorhin, die Paladine vorschicken als Gegner als Schutzschild. Gegrüßt. Und der Goblin da hinterm Steuer der Karawane sieht putzig aus. Ja! 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 Es ist ein wenig schwierig. Es ist ein wenig schwierig. Ja! Nur kein Aufsehen erregen. Es ist ein wenig schwierig. So, da sind wir wieder. Zurück auf der Stadt. Es ist ein wenig schwierig. Und zwar, ich wollte gerade ein Quicksave machen, aber das Spiel hat geschlossen. Es hängt sich komplett auf. So, dass ich es gar nicht mehr beenden konnte. Deswegen sind wir jetzt wieder bei unserem alten Quicksave. Weil den Quicksave hat es nicht gemacht, leider. Und müssen nochmal hier hoch zum Vulkan laufen. Also, was aber kein Problem ist, die Strecke ist relativ kurz. Keine Sorge, los geht's! Probier ich gleich mal, wenn ich hier einen Quicksave mache. Okay, den Quicksave nimmt es. Das war so der Einer in tausend wahrscheinlich. Oder Einer in fünfzig, in dem Fall. Oder ich darf einfach hier oben auf dem Vulkan keine Quicksaves machen. Ich fahre! Deswegen machen wir jetzt hier einfach weiter. Ich bin froh, dass alles in Ordnung ist. Dass nichts Böses passiert ist. Es ist ein wenig schwierig. Keine Sorge, los geht's! So, die halte ich auch mal zurück als Karawanenwache. Ungeachtet aller Hindernisse! So. Ja. Ja. Ich fahre! Wie gesagt, ich schicke die Paladina als erstes nach vorne. Ach ja, unser Zauber. Wieder auswählen, unseren Heilzauber. Es ist ein wenig schwierig. Stille! Es ist ein wenig schwierig. Ich fahre! Alles in Ordnung! Stille! Keine Sorge! Los geht's! Okay, das war das Level-Up für die Balliste. Das war das Level-Up für die Balliste. Das war das Level-Up für die Balliste. Gut. Schon erledigt. Schon erledigt. Auf zum Sieg! Ich traue mich jetzt ein Quick-Safe zu machen. Okay, hat geklappt. Die Ingredienzen wurden beschaffen. Jetzt müssen sie nur noch in die Stadt gebracht werden. zur nächsten Madne. Ausgiu, das mit der Фett haben. Ich traue mich jetzt anhand nie aufsetzte, Ich traue mich ganz gut ist. Ich traue mich jetzt interessant. Ich traue mich ganz gut. Ich traue mich ohne Ausatmeten. Abschneige Guest, Ich traue mich. Es traue mich unter jealous Jürger Hählwyster aussenig. Ich traue mich äh, Jo, Sperrgoblins sind aufgestiegen. Ja, wir können unsere Ballista zum Panzer upgraden, hoffe ich mal. Du kostest auch ein Führerschaft. Ja gut, da sind wir wieder auf 14 unten und können dann auf 15, wenn wir den Dinger abgegeben haben. Auf jeden Fall erst einmal, bevor wir das Ding in die Stadt fahren, die Ballista reinfahren und upgraden. Nicht, dass die Mission vorbei ist und wir keine Chance mehr haben, die Ballista abzugreifen. Und ja, eigentlich wollte ich noch abwarten, was passiert, wenn das Ding Max Level erreicht hat. Das sind noch zwei, maximal drei Nahrungskarren. Ah, Paladin liegt mal wieder fest. Ja, so. Schon erledigt. Wird erledigt. Kein Problem. Kein Problem. Schon erledigt. Hier. Gut. Also erst mal ihr beide. Jawohl. Jawohl. Also ja, zwei Nahrungsmittelkarawanen fehlen noch. Seid gegrüßt. Ich fahre. Schon erledigt. So. Aus dem Weg. Wir haben einen Panzer. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Also ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm, dass wir die Zeit noch warten, bis die Nahrungsmittelkarawanen eingetroffen sind. So, die kommenden Stadt sieht richtig interessant aus, wenn man es so sieht. Man muss echt Rätsel raten, welches Gebäude was ist. Also das ist wahrscheinlich die Werkstatt. Da sind das hier wahrscheinlich alles Hütten und so. Das hier ist keine Ahnung was. Also ja, da kommt noch eine Karawane. Ich kann es leider nicht beschleunigen. Also gut, ich könnte es beschleunigen, indem ich einfach die Karawane töte und das Essen dort verkaufe. Aber das wäre ja mies. basically muss die Karawanne bisschen Spaß dabei sein. Also das ist... Also gut, ich werde hier nicht mehr. Mal wanneerkam- itektör, auch mal bei dir, der ist aujourd'æ spouse für dich. Aber ich darf das immer inform Earth-Sache schauen... ... 배 soothing? Ich darf das nicht показ's. Komm, du schaffst es, bevor wir noch weiter singen. Komm schon, komm schon. Sie muss es ja nur bis zum Eingang schaffen. Also bis hier hin und ist das Ding noch immer nicht ganz ausgebaut. Aber man könnte jetzt hier Tanketten kaufen. Oder es ist maximal ausgebaut und ja, es wird noch nicht richtig angezeigt. Okay. Ein Quicksave. Das ging noch gerade so gut. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Komm, jetzt noch Nahrungskaravan oder war das die letzte? Ah, es kommen noch welche. Hervorragend. Nun habt ihr genug Ingredienzien, um eine starke Pulverladung herzustellen. Diese Arbeit wird jedoch einige Zeit dauern. Komm später zurück, um die Bombe zu holen. Okay. Während die Gomblins die Bombe herstellen, muss ich versuchen, meinen Plan dem Rat der Gehe zu unterbreiten. Zurück zum Turm. Hier! Los geht's! Los geht's! Oh, und sie gehen doch los, um Sachen zu holen. Ach ja, 600 Nahrung, das dauert zu lange. Ja.